Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ultimate Team. Mit dabei ist der Pierre. Servus. Und ich, der Alex. So, dann mal gleich zu dem Spiel. Ja, noch ein bisschen wechseln muss ich. Hier, noch ein... Machen wir mal den rein, oder? Ja, machen wir den rein. Ah, Halbzeit 0-0, ey. Dreck. Okay. Ah, 6 Punkte und ich bin Meister. Noch 4 Spiele, mit dem. Was kann man jetzt gucken? Alter, wie in meinem Mittelfeld bin ich so dünn besetzt, das passt mir überhaupt gar nicht, ey. Ich müsste Fitnesskarten kaufen, aber ich will nicht Fitnesskarten kaufen, das Spiel ist. Oh, nice. Alter, muss ich auch wieder Klose hinmachen. Lauf, Blechikowski. Der andere hat schon wieder... Flanken in die Mitte und der macht Kopfhalter, komm! Oh, Mann. LV. Jetzt kommt mir schon wieder einer ab. Ähm, ne, Alaba. Nicht der. So, und jetzt, äh, achso, können wir mal grad wieder Piss-Check auf RV machen. Und dann... Loslegen. Ah, wieso hab ich 98? Chemie, ne? Na egal. Auf geht's. Nein! Ich glaube, ich muss mir gleich trotzdem meine Mannschafts-Fitnesskarte kaufen. Der Gegner hat die Partie verlassen. Wunderbar. Weißt du, meine Mitspieler bleiben einfach, einfach stehen. Ja, richtig dickbehindert. Kluges, kluges Mannschaftsdenken, mhm, am Arsch. Ja, das haben die erst für VIVA 14 eingekündigt, ich für VIVA 13. Ich hab halt VIVA 13 eingekündigt gehabt. Ja, das kündigen die jedes Mal an. So, find ich jetzt mal nen Gegner. BG Alex. Was? Stand halt gerade als Gegner. Kriegst bin ich nicht, du kriegst Shakiri nicht eingeholt. Machen, was du willst! Oh, der hält den Ball, ey! FC Lissi. Mixes grüne Leitung. Ey, Alex, dieser kleine Tau von dem. Was macht der? Ne, der ist, du weißt schon was. Oh, der hat Dings, ey. Der hat blaue Karte, also Team of the Season. Und auch hochgeschraubt auf 93 jemanden. Der hat ne Instagram Bewertung und dann hat er noch Diego Reus, äh, Martinez, Alaba in der Verteidigung. Äh, wie heißt dieser eine aus, von Juventus Turin, von Italien, der nationaler Torwart, den hat er im Tor. Wovon? Genau, und dann, ja. Hat halt ne Chemie von 83, aber irgendwie nur und hat, äh, Bewertung von 85. Und es ist mein Lieblingswetter bei FIFA. Regen? Ja. Ja. Du weißt total... Deil ist für dich. Ernst gemeint. Ja. Sorry, net. Ich hab bei Regen vorhin 5-5 gespielt, Mann. Lauf, lauf. Schade. Oh, der Hundela, du... Hund. Ich hab's nicht gehört. Nein, ich wollte eigentlich ein anderes Wort sagen, aber ich hab's verknüpfen. Ach so, okay. Ah ja, guck... Nein. Obwohl, weil eigentlich nicht gefährlich, nein. Wechseln wir mal aus, wir wechseln ein Schürde rein. Und ins Mittelfeld kommt Reich. Ja, Mann. Was für ein neuer Pass. Was für ein neuer Pass. Was für ein neuer Pass. So, und jetzt geht's jetzt mit dem Moombock. Sechste Minute, eins. So für mich, äh. Da kann ich mit seinem 93er Stimme aber nichts gemacht haben. Und das bei Regen. Und das mit einem neuer Pass, äh. Der sogar angekommen ist bei dem scheiß Regen. Alter, reg ich das grad auf. Das ist trickisch. Ja, ich weiß was. Ach so. Du meinst jetzt, was anderes. Hast du das gehört? Ja. Nein, nein, der, der, der auch. Okay. Jetzt muss der Gegner erst auf Pause, in der, keine Ahnung, wie viele Minute. Ja, Mann, schon ober den Ball. Ober den zurück. Nein. Wechseln den Spieler. Nein. Oh, hab Glück gehabt, ey. Fast kassiert, oder was? Oder fast geschossen? Oh, einer kassiert. Was hat der jetzt gemacht? Der bei mir? Keine Ahnung. Ah, komm. Nein. Alter, warum geht der dauernd auf Pause? Was macht der, Mann? Was soll das? Ich geh dauernd auf Pause und geh dann wieder einfach überraschend weg auf Pause. Der will mich damit nur nutzen mit dem auf Pause gehen, nicht auf Pause gehen. Was soll das? Ja, aber toll. Er hat nur, er hat nur drei Stück im Spiel, oder pro Halbzeit, ich weiß gar nicht. Ja, und jetzt hat er dadurch ein Tor gemacht, von Percy wieder. Geil. Mann, ey. Tor kassiert 1-1. Alter, den Ball klickt keiner. Das war einfach nur ein Scheiß. Seitenwechsel von mir versucht. Alter, den Ball klickt keiner. Oh ja, komm. Der wird fast noch eine. Ja, Mann, Reus. Von Percy hab ich. Nein! Oh, Reus. Er rennt frei aufs Tor, ey. Er hat einfach nur reinschieben müssen und macht daneben, ey. Alter, wie noch eine. Mann, ey. Nein! Warum lässt du dich da so verarschen? Oh, wieder von Percy. Die ganze Zeit von Percy, Mann. Der hat auch, glaub ich, 3 Nails bei dem Hook gepimpt, oder? Ja, hat er auch. Ja, Mann. Ja, und dann noch diese Team of the Season-Karte, Mann, ey. Oh! Oh, jetzt hat er einfach auf seinen Spieler gepasst, hätte ich das geahnt, ey. Ich investiere echt Geld, weil ich sonst nichts geschissen bekomme. Wetten, da hat er nur aus dem Päck gezogen. Natürlich. Woher sonst? Ja, aber... Gekauft auf dem Markt, auf dem, auf Dings, oder was? Ha, 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 ha. Der hat schön ordentlich echtes Geld investiert. Ich krieg sonst nichts hin. Ich muss echtes Geld investieren. Nein. Nein! Oh, lass dich, wie wenn du einen scheiß Typ verarschen, ey. Was jetzt? Ja, komm. Voll das vor Ort. Ich geh mal in meine geile Funke rein, die jetzt einer mit dem Kopf voll reinmacht. Ah, ja, das ist ja kack. Mongo, ey. Warte, jetzt bin ich... Ohne Scheiß, jetzt bin ich im Rückstand, ey. Das ist so nett. Alter, das musste ich gestern, das musste ich auch schmerzlich miterleben, ja. Ja. Wie aus meiner schönen, äh, 3-0-Führung. Äh, 4-zu-3-Führung, äh, Rückstandfahr, wenn ich da noch aufgeholt hab, ey. Ja. So nem 5 und 5, also beschwertig, man hat, ja. Du liegst zu müde zurückliegen. Aber der schießt einfach immer mit dem drauf, ey. Ohne Sonne 1, das ist ein Auto, den, den hab ich dann noch einmal voll kassiert, ey. Ja, lauf, 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 lauf doch, man, wie der sich abziehen lässt von so einem Abwänden-Spieler, ey. Ja, das kenne ich nur zu oft, ja. Ja, okay. Ja, okay. Ich spiel grad auch überhaupt nicht gut, ey. Mann, ey. Oh, Mann, ey, da wollte ich wieder zu schön machen anstatt einfach effektiv. Und jetzt rennt er schon wieder auf mein Tor zu. Gib doch Gas, Hilfe, das. Aber nein, Percy schießt dann einfach wieder. Ja, natürlich. Ich hab kein Skill, ich schieß einfach. Ich hab von Percy, der trifft sowieso. Mann, ey. 3-1 Rückstand jetzt. Äh, immer so, ey. Ich gewinn ein bisschen, dann verliere ich wieder, ey. Oh, jetzt drückt er schon wieder Pause. Das dritte Mal, ey. Das ist doch echt, das ist doch ein behinderter Typ, oder? Mann, ey. Ich hab jetzt von 6,30 Minuten dreimal Pause gedrückt, ey. Mann, 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 ey. Ja, mach hin, ey. Jetzt den Ball, ne. Ja, genau, der wird gefoult. Der ist letzter Mann. Es gibt nichts. Dann, ne, komm. Ja, er holt sich die Beine nicht richtig, ist klar. Ich öffne jetzt ein Pack. Was für ein Münzen? Ja, für 5000. Okay. Ich glaube 6000. Nein. Geil. Ich krieg's ja eh nix. Backcam. Oh, ich hab Backcam bekommen. Wow. Von Bommel hab ich noch gekriegt. Ja, komm, schieß drauf, Mann. Ah, jetzt steht der eine dem Weg. Aber ich hab vier Verträge gekriegt. Oh, was für ein Pass, ey. Was? Weißt du, neben deinem Tor bestehen nur, er läuft auf Schreie Tor zu und hat Van Perski und schießt drauf und hat ein Tor. Ja, Mann, richtig sweaty Goal. Ich hoffe, du regst dich deshalb auf, Mann. Ich hab zwei Spieler wieder verkauft von 26 Münzen. Ich hab vier Verträge gekriegt. Fitness und Moral und so'n Kack. Ich guck kurz mal, wie viel Backcam wert ist. Bestimmt nicht viel. Ah, halbzeit 3-2 für den Gegner. Ist auch eben Regen, Mann. Ich hoffe, das nächste Spiel ist auch Regen. Backcam ist Engländer, gell? Äh, ja. Nee, der spielt auch jetzt bei Paris Saint-Germain. Aber er ist Engländer. Ja, klar. Der ist aber die französische Liga, wo du denkst. Äh, keine Ahnung. E-League? Mann, so knapp. Hier. DSG. Drecke. Oh Gott. 1000. Alter, so billig. Ah, der arbeitet ja auch bei Paris Saint-Germain. Gibt es für umsonst. Ja, genau. Guck ich mal bei Engländer. Ah, nee, bei Franzosen. Muss ich mal gucken. Frankreich. 4-3-2-1. Ah, natürlich gewinnt er den Zweikampf nicht. 1.000 und 1.500 zu Verkauf direkt anbieten. Wenigstens ein bisschen zurückkrieg. Natürlich gefährlich schon wieder den Zweikampf, natürlich. 100.000 Meter Beifall gewirkt. Ah, das hört dumm. Ich hab direkt Schießling gedrückt. Ja, genau. Gibt es einem meiner Spieler noch mehr Tempo? Okay. Werte pushen. Ja, nochmal. Lauf, Sam. Lauf. Und zwar Sidney Sam. Werte jetzt eh schon. Wenn man mit dem noch mehr Tempo gibt, dann ist das ja. Alter Schade. Hier im Training. Plus 10 Tempo. Oh, genau. Dann kommt er noch in Gegenspiel. Alter, Alex, der hat 99 Tempo. Sidney Sam. Ah, die zählen doch nicht für die ganze Zeit. Für wie lange zählt das? Nur ein Spiel? Oder was? Irgendwie hatte der gerade 99 Tempo. Nein. Alter, hier. Oh, auf dem Schönen. Hi. Hi, Kevin. Nein! Ihr zwei Kassier. Scheiße. Ihr nehmt auf, ich hab's mal. Nein, ich muss mich vor uns halten. Das war mitgelaber. Aber du rauchst doch gar nicht von da hin. Ja, da alles. Ja, ihr ladet das doch hoch, oder? Und? Ja, wenn ich jetzt rumlaber, ist behindert. Nein. Ja, man sieht ja eh nur mein Spiel. Kein Spiel. Kein Spiel auch. Du bist auch. Ich glaube, hier spielt ja auch nicht so. Ich bin. Ich bin. Und nur so ein Pfand. Ja, wenn ihr das hochladet, aber ich glaube, dann scheiße. Ja, gut, dann. Ah, nee, wir waren schon ein bisschen bezogen. Also, er ist schon nicht so einfach nur so psch. Okay. Mach wie du willst. Gucken wie der abgeht, das ist ja mit 99 Tempo. Boah, Alter, hab ich ihn gefreut. Aber Kieran, hast du dir das Bein-Spiel angeguckt? Alex weiß es, wie es geht. Alex weiß es, wie es geht. Weißt du, wie es geht? Weiß gar nicht. Ja, du musst auf die blaue Taste hier. Dann kommst du auf Anytime, dann gehst du auf Sport und dann... Ja, siehst du das wahrscheinlich schon. Ja. Jetzt hab ich jetzt 652 gegen mich, ohne Scheiß, ich verlieh grad so dick fett, ey. Der hat eine Bewertung von 86, aber nur eine Chemie von 60. Der hat Lahm, der hat Pico, der hat Kassiers, der hat Pinot. Was hat der für eine Aufstellung, ey? Alter. Oh, der gibt mir jetzt so damals in die Hucke voll, ey. Oh, schon wieder Regen, ey, ich glaub's nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Komm mal raus, ey. Regnest? Ja, der nehmt mich einfach rum. Tut's draußen pissen, oder was? Jep. Gleich. Naja, soll er bis morgen gewittern, draußen. Legts auch noch. Alter, wie das aufregt, ey. Warum köpft der? Mann, ey. Egal, das wird 5-12, ich werd das eh verlieren, das Spiel. Der mit seinem Scheiß Van Persi da, ey. Genau. Der hat keinen anderen. Schon wieder rennt er auf. Ja, 6-2. Jetzt ist grad 6-2 kassiert, dann. Ohne Scheiß Van Persi, die ganze Zeit nur Van Persi bei dem. Die ganze Zeit Van Persi. Damit. Komm. Nimm den noch an, Mann. Ja, sehr schön. Lauf. Ja, genau. 1-1, komm aus der Schlampe. Alter, dieser Gegner liegt mir nicht und das Wetter liegt mir nicht, ey. Komm, schieß. Oh. 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 Was für eine Scheiße. Ich hoffe, ihr bennen sie mal eine Bayern-Trikot zu sehen, ey. Ja. Ja. Kann halt bei Ultimate Team sein. 6-2 verloren, ey. Alter. Nichts zu übertrieben. Alter. Kann doch nicht wahr sein. Direkt ein Gewohnsonder, ey. Hör auf sein, du hast 99 Tempel, ey. Nutz das auch. Oh, jetzt zerfick ich euch alle. Macht er mich grad wieder, zerpflückt er mich grad mit seinem dickigen Elf, ey. Mann, ey. 6-2 kassiert, ey. Typisch Regenspiel wieder. Oh, 2 zerlegt, ihr Huensohn, und er blend raus und zerlegt, genau wie dich Huensohn, Alter. Dreckige Penner, ey. Wie war's wahrscheinlich schon Merkenspiel, Kevin? Äh, Black Ops 2.